Hey ihr Höhenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Survival Games. Die ganze Runde muss jetzt schnell gehen, weil ich muss in einer halben Stunde los. Das heißt, ich habe jetzt kurz Zeit das Video aufzunehmen, dann muss ich es rendern und dann schneiden. Das heißt, ich werde die Runde auf jeden Fall nehmen, egal ob ich jetzt sofort am Anfang sterbe oder nicht. Aber ich möchte, dass ihr wenigstens für heute noch ein Video habt, weil das würde ich sonst nicht wollen, dass ihr heute dann gar kein Video habt. Und ja, was wollte ich sagen? Ja, wie ihr seht, ich habe einen mega Sonnenplan im Gesicht, deswegen bitte schön. Okay, der Typ da, der ist gestorben. Der hat auf jeden Fall Spaß gehabt in seinem Live. So, du stirbst. Jawohl, Alter, der Typ hatte viele Tränke. Wow, das gefällt mir. Einen Bogen hatte er aber auch, das gefällt mir noch besser. Äh, und ich habe jetzt gerade keine Ingame-Sounds, weil, wie gesagt, mein Mikrofon kaputt ist. Und ich von dem auch jetzt nichts mehr höre und so weiter. Das heißt, ja, es tut mir sehr, sehr leid, dass alles nicht so läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Komme ich da irgendwie rüber? Ach, schade. Mist, wie ist der dann da hochgekommen, dieser Typ? Hier, so. Ach so. Ah, jetzt kenne ich mich hier aus. So, du kommst jetzt erstmal hierher, bitte röhnen. Und, boah, ich finde das so nice. Ich habe mir jetzt mal die Rezession vom letzten Vlog angeguckt. Und mich freut das so sehr, dass die gut bei euch ankommen. Und bei mir leckt es gerade wie scheiße. Keine Ahnung warum. Kannst du mal irgendwie vielleicht besser reagieren. Ja, vielleicht sollte ich nicht 100.000 Millionen pro Gramm aufmachen. Das wäre vielleicht mal ganz, ganz gut. So, hatte der einen Kompass? Ne, hatte er ja nicht. Egal, dann gehen wir einfach irgendwo random hin. Also, ja, die Frames sind gerade nicht die allerbesten, muss ich sagen. Es tut mir voll leid. Ey, Moment, ich mache jetzt das Text-Spec raus. Jetzt werde ich fick sterben. Ich meine, ich stehe am Spawn einfach so aufgerum. Oh, okay. Ja. Es läuft noch immer schlecht. Ich meine, ich habe alle möglichen Programme, die ich so auf meinem PC habe, habe ich gerade offen. So, Moment, ich muss mich mal hier ganz kurz verstecken. Aber jetzt habe ich wieder In-Game-Sounds. Moment, das hier schließe ich jetzt auch mal. Und Photoshop und Co., das kann ich nachher auch noch schließen. So, gut. Ab zum nächsten Gegner. Wir wollen die doch jetzt alle zerbersten. So, okay, hier ist schon leer. Äh, da vorne. Was können nur vorne ab? Äh, ich habe ja mein neues Mikrofon schon bekommen. Das Problem ist, die Spinne fehlt, wo ich das Mikrofon reinlegen kann. Das bedeutet, ich habe, äh, somit keine Möglichkeit, das Mikrofon irgendwie aufzuhängen. Ich müsste es sonst immer in die Hand nehmen. Und wenn ich mit zwei Händen spiele, äh, klappt das wohl nicht so gut, das mit in den, in der Hand halten. Das ist natürlich nicht so gut. Und es tut mir leid, dass ich das Video zu hinten ranzen muss. Äh, ich hoffe, ihr gebt mir trotzdem ein Däumchen nach oben für die Mühe, die ich mir mache, jetzt noch schnell ein Video zu machen. Ich meine, ich könnte ja auch gar keins bringen. Aber ich mache es, weil ich mich irgendwie schlecht fühlen würde, wenn ich jetzt einfach so schwimmen gehe. Und dann, äh, habe ich für euch kein Video gemacht. Das wäre ja doof. Hier oben. Okay, hier war wohl schon jemand. So, dann schnell weiter jetzt. Wie viele Leute leben noch? Eigentlich eh noch so viele. Mal schauen, ob ich die Räume so ein bisschen cutten werde. Weil ich ja schließlich auch möchte, dass das Ganze schnell hochlädt. Wir sind gerade bei vier Minuten. Gut, 20 Minuten Upload. Wenn ich es dann sofort auf Öffentlich stelle, sollte hinkommen. Dann werde ich auf jeden Fall heute wieder was mit meiner Leigh Crea filmen. Oh, da vorne ist jemand. Da vorne sind zwei Leute. Oh, der hat gutes Equipment. Okay, da kann ich jetzt aber abstauben kommen. Oh mein Gott. Ja, ich habe es überlebt. Und jetzt bin ich full iron. Yes, yes, yes. So, was kann ich denn wegschmeißen? Das hier. Dann habe ich hier jetzt eine bessere Spitzhacke. Dann, hm, sonst ist eigentlich nichts da, was ich bräuchte. TNT. Bräuchte ich jetzt vielleicht, um mal die Scheiße hier wegzuschrengen. So. Oh. So, schnell weg hier. Lol. Es ist einfach nicht weggegangen. Toll. Jetzt habe ich das auch noch verschwendet. Bester Typ auf jeden Fall, Thomas. Äh, dann habe ich hier genug chicken. Das heißt, sofort mit dem Kompass auf die nächsten Gegner. Auf auf und davon. Denn, ja, jetzt startet das Dev mit schon 60 Sekunden. Werde ich versuchen, da vorne jetzt den Gegner noch umzuklatschen. Und, ja, so. Und am Dienstag kommt dann, wie gesagt, mein, äh, Mikro, äh, meine, meine Spinne. Also, wenn ihr wissen wollt, was das ist und so weiter, ich verlinke euch das irgendwie. Äh, und in der Videobeschreibung. Scheiße, der ist da unten. Ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt. Das ist doof. Egal, dann muss ich jetzt einfach aufs Deathmatch warten. Ich werde auf jeden Fall den Gold Apfel vom Deathmatch essen. Weil ich weiß, dass ich sonst sterben werde. Und, äh, dann haben wir es ja doch schon ganz schön weit geschafft hier. Haben drei Kills gemacht. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. Äh, obwohl ich war, ich habe halt nur Scheiße gelabert, ne. Weil ich bin so im Stress, Leute. Ich muss jetzt sofort weiter. Und, ähm, ja, ist alles ein bisschen döf. So, Moment. Ich esse den jetzt. So, nice. Bitte die Ghost Arena, bitte die Ghost Arena. Ja, danke schön. Dass du mir einmal im Leben einen Wunsch erfüllst. Minecraft. So, da vorne. Den Typ da, der hat schlechtes Equipment. Ja. Alter, er guckt ja seinen Kopf an. What the fuck? So, zack, zack. Okay, die Heidrankheit habe ich jetzt. Die kämpfen da vorne. Das heißt, ich kann jetzt schon abstauben kommen. Moment, so. Ich treffe den doch. Wieso treffe ich den Typen nicht, Alter? Komm her. Komm her. Ich möchte ihn töten. Oh, kack. Jetzt kommt der Typ da auch noch an. Einmal heilen schnell. Okay, er brennt. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Nein, er hat einen Goldapfel. Wow, Gigi. Boom. Alter Schwede. Alle drei Leute jetzt noch im Deathmatch getötet. Das war jetzt nochmal richtig krass. Und ja, ich würde einfach sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, würde mich ein Däum hier nach oben mega freuen. Ich habe jetzt versucht, noch ganz, ganz schnell eine Runde aufzunehmen. Ich werde das jetzt sofort schneiden, hochladen und ich würde sagen, wir sehen uns dann irgendwo oder irgendwann. Macht's gut und ciao.